So, willkommen bei einer neuen Doku, auf die ich mich sehr freue, weil es endlich am Bau des automatischen Güterbahnhofes geht. Ich muss erstmal einiges vorbereiten. Suche, 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 Gold, Erz, Eisen, Erz, da haben wir es. Wir nehmen erstmal Eisen raus und zusätzlich brauche ich einen Diamanten. Ich habe sogar noch vier Eisen. Mal gucken, ob es reicht. Äh, ja, wir fangen erstmal an. Eine Schaufel, weil die wird wohl bald hops gehen, die Ene. Fackeln haben wir Steine, wir brauchen, äh, ja. Erstmal ein paar Schienen. 64, nochmal 64, das wird erstmal für den Anfang reichen. Äh, pff, was braucht man noch, was braucht man noch, äh, 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 Stämme, Stäbe, Obsidianen, Redstone, das, das brauchen wir, das brauchen wir, und machen gleich noch ein paar Redstone-Fackeln. Lass mal nicht so schnell in den Mengenpass kommen. Schienen haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, äh, Steinplatten, 64, könnte erstmal reichen. So. Äh, Platz haben wir erstmal genug. Doch, so, wir fangen erstmal an, und zwar Warte mal, überleg, 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 überleg. Hier ist die Stufe nach oben. Hier ist Was ist das denn, brauche, wir, äh, äh, erst mal, so, das reicht erstmal. Äh, ich komme halt irgendwie überhaupt nicht mit der Tastatur zurecht. So. Was machen wir jetzt? Wir brauchen erstmal den Kanal, wo die Minecarts gelagert werden. Das wird also ein Wasserkanal. Äh, Ich brech mir noch die Finger hier. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir kommen hier rein, hier fallen sie rein. Eins, zwei, eins, zwei, da kommt das Wasser rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünfe, sechse. Reicht das? Wir machen auch noch ein siebtes. Um später keine Engpässe zu kriegen. So. Das wird später schön gemacht. Die Wand wird dann natürlich noch verlegt. Hier kommt die Tür hin. So. Jetzt brauchen wir erstmal eine Unterkonstruktion. Äh, so. Das ist irgendwie... Da kommt die Tür hin. Also brauchen wir hier eine Schräge. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ha, 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 ha. Hochlofen, hochlofen, hochlofen. Schnell, 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 schnell. Zum Glück haben wir das Treppenhaus. Feuer hier, Paul. Stämme, Holz. Wir brauchen Holz. Nicht, ich habe Feuer gemacht. Ich habe Holz gemacht. So. Sollte erstmal reichen. Das ist heute alles irgendwie ein bisschen... Läuft hier alles gerade irgendwie ein bisschen aus dem Ruder. Und zack. Da kommt die erste Schiene hin. Ey. Schön, dass ich eine Unterkonstruktion gebaut habe, wo ich nicht hochkomme. Ach, mei, 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 mei. So. Da kommt der Booster hin. Und hier kommt der Rückweg hin. Wir sind schon am Ende. Ja. Hm. Na, ma, ma, gucke. Na, ma, gucke. Sagt der, der Blinde. Wir brauchen eine Schiene. Wir bauen hier runter. Ah, das ist alles so ein bisschen... Hops. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. So. So. Eee. Was passiert denn, wenn wir eigentlich hier schon einen Schalter bauen? Eee. Das geht doch nicht. Bin ich zu blöd? Ja. Ja. Und wo ist die Schiene hingefallen? Die Schienen sind teuer. Eee. Dann müssen wir mal gucken. Dann müssen wir mal gucken, gucken, gucken. Dann brauchen wir erst mal zwei Minecarts. Die packen wir mal da hin. Dann brauchen wir mal noch einen Holztaster. So. Gehen wir davon aus, dass das funktioniert. Ah, eins, zwei, drei. Und da ist der Holztaster. Die, das war eigentlich total humbug, was ich gemacht habe. Weil eigentlich kommt das hier weiter und das soll so sein. So. Wir stellen ein Minecart hier hin. Und lassen es mal runterrollen. Es wird beschleunigt. Reicht jetzt die Beschleunigung? 4,5,5,5,5,5,6,6,5,6,6,6,7,8,4,5,6,6,6,7,7,8. Ähm. Ehm. So, nochmal. Wie viele Fäller sind das? Eins, zwei. Das sind eigentlich nur zwei. Das sind eigentlich nur zwei. Das sieht schon mal wesentlich besser aus das könnte auch schon fast reichen so so wir brauchen es war so klar das ist erst mal brauchen wir hier einen Trittschalter den wir natürlich wieder nicht auf dem Lager haben das war auch ein bisschen verkehrt gerade so wir hopsen hier mal rüber wir haben hier einen Trittschalter jetzt brauchen wir erst mal wieder ein paar Holzplatten das Main Card nehmen wir gleich mal mit das geht nämlich hier lang weiter die Schiene nehmen wir natürlich auch gleich mit das wird definitiv wieder nichts das geht auch nicht ey na endlich der Schalter wäre natürlich wieder zerstört also wir brauchen mal einen neuen eins zwei drei zack 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 dann brauchen wir dann brauchen wir zwei hier zwei zack 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 Untertitelung des ZDF, 2020